Mein Name ist Paul Lanzersdorfer. Ich bin Geschäftsführer und Gründer von Pulp Media, einer Online-Marketingagentur in Linz. Wir unterstützen die TEDx, weil wir TED und TEDx für ein sehr unterstützenswertes Unterfangen finden. Mein Lieblings-Ted-Talk ist von Simon Sinek The Golden Circle, weil er sehr plakativ zeigt, warum manche Unternehmen erfolgreicher sind als andere und warum manche Persönlichkeiten größere Führungskräfte sind oder erfolgreichere Führungskräfte sind als andere. Das hat mit Pulp Media sehr, sehr viel zu tun, weil es in der Online-Marketing oder im Marketing generell immer sehr, sehr wichtig ist, dass man weiß, warum es ein Unternehmen gibt, also was die Daseinsberechtigung eines Unternehmens ist. Und wenn man das gut weiß, dann können die Marketingaktivitäten dann auch ausgerichtet werden. Wenn ich in die Zukunft schaue, dann finde ich es ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass man glücklich ist. Das heißt nicht, dem Glück immer nachzulaufen, sondern auch manchmal festzustellen, ob man überhaupt einfach so schon glücklich ist, ohne dass man nur irgendwas braucht. Besonders empfehlenswert bei der TEDx Linz 2018 finde ich den Talk von Ali Malocci. Nein, weil ich den Werdegang von Ali Malocci seit vielen Jahren verfolge und auch schon den einen oder anderen TED-Talk, den er gehalten hat, unter anderem, glaube ich, auf der TEDx San Francisco gesehen habe und einfach großartig gefunden habe. Und das ist jetzt in Linz auch wieder so. Bis zum nächsten Mal.